Julien, mein Freund. Guten Abend. Guten Abend. Clara. Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Nein, 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 danke, es geht schon. Verzeihung. Ich muss jetzt mal telefonieren. Was machen Sie beruflich? Ich bin Chirurg, genau wie François. Und ich lebe in der Provinz, auch wie François. Alles wie François. Aber ich kenne François im Grunde nur sehr flüchtig. Und wo ist Ihre Provinz? Im Süden. Ganz weit unten. Gleich rechts, wenn man runterkommt. Der Name vom Ort ist Kersi. Ich habe auch ein Schloss. So ein Ratschloss. Ich renoviere es. Hin und wieder, wenn ich Zeit dazu habe. Wie schön. Lieben Sie mich etwa immer noch? Ja? Sind Sie jetzt glücklicher? Oder ist das jetzt aus? Für mich ist das aus. Interessiert Sie das? Mit der was? Und ich weiß selbst nicht, ich? Nehmen Sie einen Pfandwerfer. Jawohl, Hauptsumführer. Moment. Das war's. Ich habe immer Angst, dass sie mich wieder verlässt. Tja. Ich habe immer Angst, dass sie mich wieder verlässt.